So, jetzt geht's ja auf. Wie bitte? Aju, da ist endlich ein neues Handy! Ja, jetzt geht's auf zur Mindest-Party. Welche Mindest-Party? Keine Ahnung. Kannst du mal über die Musik lauter drehen? Wir waren lange vor, doch es geht jetzt wieder los. Wir liefern euch die volle Ladung. Er ist ein neues Handy. Rolex an! Ich bin der letzte Macho! Schender schlagt die Send-Jungs an. Ich mein's ernst. Das ist ganz, ganz traurig. Freust du dich auf die Mindest-Party? Du bist echt so groß. Es wird bestimmt heute ein geiler Abend, oder? Joi! Ei, Junge! Du bist auch überall mit am Start. Darf ich deine Maske küssen? Eeeeeee! Darf ich deine Maske küssen? Ja, natürlich! Ich hätte dich küssen! Ja, natürlich! Ich liebe dich! Kannst du mir eine Unterschrift geben? Ja, natürlich! Auf meinen Schuh! Mutti! 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 Einer drum! Hier! Hier! Liefst du es? Nee! Ey, warte mal! Ich liebe deine Videos! Warte mal, warte mal! 35, 21, 21, 21, 21, 2021 auch bei dir in Berlin children. Ja, das war nicht gut! Ich brauche noch 2 Euro, dann kann ich zurückfahren. Bitte mal Kleingeld. Na gut, okay. Dann hier in die Spenden-Tasche rein. Moment, ja genau hier. Das ist aber eine sehr große Tasche. Vielen Darm. Vielen Darm. Darf ich dir mal einen Perso spenden? Äh, ne. Spend. Da kommt mal Karsten in seiner Heimat, ein Gefleisch zwischen Fans. Was ist denn dein Statement? Hallo. Jürgen, du hast Steuze. Mein Büro-Manager? Ja. Freut mich. Ich freue mich auf die Zündung. Was ist denn los mit dir? Statement zum Party-Treffen? Na. Oh Junge, ich hab tief nicht drin. Hallöchen. Alter. Guten Morgen. Wie ist das der Chef? Prost. Servus, Prost. Uwe, ich liebe dich. Uwe, 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 Uwe. Uwe, 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 Uwe Ich hab das doch gesehen. Hallo! Du sagst jetzt, machst du es auch wieder dabei? Wie bitte? Du sagst jetzt machst du es auch wieder dabei. Ich sag, naaa! die berliner luft wird eingegossen vielen darm noch mal dass du uns gefahren hast ich stinke nach hafenscheiße blockmönster wer stinkt nach hafenscheiße ich oder ich der paul von berliner luft max hat gesagt ich habe ein raubtier gekämpft aber ich kann es auch einfach so stehen lassen die herren beraubtier gekämpft es ist eine ehre wieder hier zu sein ja der erste eindruck also ich fasse es jetzt mal für euch zusammen an alle die die draußen in der schlange standen und nicht reingekommen sind weil sie jogginghosen getragen haben das geht auf keine kuhhaut was bis jetzt hier schon passiert ist die organisation innerhalb dieses clubs ist unter aller kanone einen wunderschönen guten morgen guten mittag dankeschön geht auf keine kuhhaut wie gesagt das ist unter aller sau ähm seib kommt nicht rein den kompitor haben sie von der tür verwiesen das soll mal gesagt sein ja ich fiss mich an genau der hat mir auf das maul gehauen der tür steher ihr wurde einem bereits schon aufs maul gehauen welchen wir anwiesen ja von drei stöchtern ja weil er ja nicht ausgezogen hat ja wir wollen dass sie hier die jacke ausziehen und erinnert sich geweigert ja da wurde er rausgezerrt rausgeboxen und das ich entschuldige mich jetzt einfach mal für das wort mindest weil das trifft hier nicht zu denn das traffic übernimmt hier zur zeit die eigenen maßstäbe weil jungs die einfach nur richtig schön saufen und feiern wollen und das geht gar nicht meiner meinung nach und das soll mal gesagt sein hey die menschliche graffe egal der ist einfach drei meter groß guck dir das mal an alter er ist einfach drei meter groß das ist echt krass naja ich bin schon 2,50 da steht und folgt also auf jeden fall von meiner seite aus möchte ich mich ganz ganz herzlich dafür entschuldigen was gestern passiert ist ich möchte mich auf jeden fall bei den fans entschuldigen die wegen uns angereist sind die wegen uns gestern diesen club besucht haben die sich mit uns gestern einen tollen abend auf haben es tut mir wirklich von herzen leid dass ihr so hart enttäuscht wurdet was gestern passiert ist das macht fassungslos es macht wirklich fassungslos wir wurden wir wurden aus dem vip bereich geworfen weil wir uns geweigert haben für 30 euro mindest bestellwert dort zu trinken quasi ja wir wurden da wirklich rausgeschmissen wir wurden nicht informiert dass wir dazu verpflichtet sind diesen diesen 30 euro mindest bestellwert zu begleichen so wir wurden nicht darüber informiert dass es dort verboten ist mit jogging hose in den club zu kommen ich habe mit meinen eigenen augen gesehen dass dort einer unserer fans von den türstehern zusammengeprügelt wurde zu dritt also die sind mit drei türstehern auf diesen buben da drauf ja das tat schon ziemlich weh das mit anzusehen ja was ist noch passiert ich wollte mit maske natürlich in den club rein ich habe das davor mit einigen türstehern abgesprochen weil ich der sache immer noch nicht vertraut habe dass die türsteher mich da so mit dem ding rumlaufen lassen deswegen habe ich da sicherheitshalber noch mal nachgefragt obwohl unsere partyveranstalter mir versichert haben dass das alles abgeklärt ist ja dann bin ich halt aus dem club raus wollte wieder rein hab da mein vip band gezeigt dann meinte er halt ja nimm erstmal die maske ab hinter mir standen ungefähr 100 fans ja da wurde ich schon mal in eine sehr unangenehme situation gedrängt habe ich dann gemacht eben was schon sehr leht hat dann habe ich ihnen halt erklärt dass ich eben zu meinem veranstalter gehöre habe ihn den namen genannt er hat es dann nicht verstanden ich habe es etwas lauter gesagt damit er es auch versteht da kam dann ein anderer türsteher hinzu hat mich gefragt wie ich mit seinen kollegen rede und ich habe gesagt ich wollte ihn gerade erklären zu wen ich gehöre hat er gesagt dass ich mich verpissen soll und ja habe ich dann erstmal gemacht dann eben meinen veranstalter angerufen er hat es dann für mich geregelt ich bin dann in den club reingekommen aber das hat schon mal die stimmung sehr 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 gedrückt so und nicht nur mir ist eben so eine scheiße passiert sondern eben auch den leuten die aus dem vip bereich rausgeflogen sind ja wie soll ich sagen allen in allen gab es gestern einfach massive probleme die zu einer totalen katastrophe geführt haben woher die probleme entspringen und ja das also zum einen teil hat sich der club echt extrem daneben benommen die türsteher haben sich gewaltig daneben benommen also das kann man nicht in worte fassen so dann gab es natürlich auch probleme die von unseren veranstaltern kamen zwecks mangelnder kommunikation zwecks mangelnder einsatzbereitschaft sich um alle probleme zu kümmern beziehungsweise alle probleme vorzubeugen dann alter was soll ich denn noch sagen dazu keine ahnung es war einfach ein totales totaler skandal gestern die fans haben drunter gelitten wir haben drunter gelitten ob der club jetzt drunter gelitten hat das weiß ich nicht oder ob das ob denen das scheißegal ist ob das meinen veranstaltern scheißegal ist das weiß ich nicht als unseren veranstaltern wie sich das ganze jetzt klärt das weiß ich nicht was jetzt die lösung im endeffekt ist das weiß ich auch nicht aber eins weiß ich dass ich persönlich sowas nie wieder erlebt erleben möchte weil das war gestern der krasseste tiefpunkt in unseren gesamten machenschaften denn wir erleben mussten an euch fans ich ich hoffe ja ich hoffe ihr seid nicht allzu bitter enttäuscht